hey bro wie war heute die schule alles fit im schritt ja die schule war heute alles fit digga aber anschließend zwei kennix digga wollten stress machen habe ich habe zwei alleine aufs maulgown und wie war heute dein schultag auch alles fit im schritt bei mir war auch alles fit im schritt weißt du was mich aber ankotzt dass wir zwei nicht in der klasse sind digga nur wegen unseren scheiß eltern alter alter ja lass mal morgen wieder was wir machen aber nicht so wie letztens ja wo die bohlen hinter uns hergerannt sind der hat sich nicht so gebockt der scheiß bohlen digga lack schuhe darauf habe ich auch kein bock der irgendwas schilliges digga so ein joint oder so auf entspannt digga beim bahnhof in stuttgart und so mit leuten und so 10 20 leuten weiß bescheid ja oder was zum essen machen der so lass döner bestellen pizzer oder oder worauf hast du bock boh habibi wirklich habibi lass du schukul nix pizza döner und so habe ich kein bock digga aber mal eine andere sache ich habe keinen bock mehr deine hausaufgaben zu machen okay so okay nur weil ich schlau bin und du dumm bist heißt nicht dass ich die ganze zeit hausaufgaben macht darauf habe ich einfach kein bock mehr okay hast verstanden oder was kommst du jetzt so du machst mir lauf aufgaben solange wie ich bin ich bin eine trilliarden sekunde schneller aus der muschi gekommen als du hast du bin ich älter als wie du okay hast verstanden du machst so lange die hausaufgaben wie ich will dafür kriegst du auch geld manchmal von mir okay und jetzt bestellen wir dann deine schuhe habibi ja alles klar digga kannst ja darauf einen runter holen digga dass du eine trilliarden sekunde schneller bist geboren bist digga als wie ich aber egal kopfhoch digga scheiß doch ich bestelle jetzt unsere schuhe lass mir die trinkhühe dann auch entspannt easy ganz entspannt digga aber du zahlst du zahlst habibi okay du zahlst was für ich zahl alter scheiß zahl ich digga diesmal zahlst du ich hab die letzten zehn mal digga unser essen bezahlt alter suju pizza mit donald's burger king kiss freak diesmal zahlst du digga okay hast du standen ich hab mich noch einmal so anschreist haben wir jetzt mal ein richtig fettes problem okay diesmal zahl ich habe ausnahme ausnahme hast du verstanden und jetzt lag schon verpiss dich digga bis suju kommt alter